Das darf doch nicht wahr sein, der Ball geht direkt durch die Mauer und landet im Netz. Mit den Senftenbacher Bioziegeln kann so etwas nicht passieren. Setzen Sie beim Bau auf die richtige Mauer. Mit Senftenbacher Bioziegeln. Damit draußen bleibt, was drinnen nichts zu suchen hat. Und Sie sich zu Hause rundum wohlfühlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017